Kühne Konstruktion. Was kann man wohl sagen? Wo steht denn deine Rennschote? Um die Ecke. Komm. Kein Benzin mehr. Bist du den Rallye streifen, nicht mehr endlich wieder abmachen? Immer dasselbe. Bist du den Rallye streifen, nicht mehr. Na komm, komm, komm. Ich hab's immerhin zu einem kleinen Auto gebracht und zu einem Zimmer, das ich auch meistens bezahlen kann. Oder willst du was dagegen sagen? Wie alt bist du eigentlich, Harry? 33. Wieso? Ist auch nicht mehr älter, was? Na, 33 ist ein sehr schönes Alter. Zu alt. Verflixt. Meinst du, das stimmt? Was? 50 pro Tag? Wenn ich's dir sag. Los, halt mal an jetzt. Das muss ich sofort überprüfen. Machen wir nachher. Gleich auf dem Klo. Fahr nicht so einen harten Reifen. Bis zum nächsten Mal.